Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir sind hier in Lindell, in der Hauptstadt, durch eine Transporter-Truhe gekommen. Und hier ist ein Golem, den wir erstmal erledigen sollten. Ich glaube, nicht ganz einfach zu erledigen ist, weil er hätte ganz schön was aus. Kritischer sind sie ja, die man braucht. Boah, der hält richtig was aus. 705 Damage. Das ist, wie wir das machen. Ah, okay, schlecht. Oh, hey. Das habe ich irgendwie schon befürchtet. Der ist halt richtig stark. Der ist halt richtig stark, weil wir halt hier in einer ganz anderen Gegend schon sind. Also, wenn man schaut, wir sind hier, ja, weit weg von allem, was wir kennen, so zu sagen. Die Casting-Zeit ist halt auch teilweise lang. Aber nicht mehr hat der Mensch, oder? Ah, unterschiedlich. Jetzt geht's um Nenas. Ups. Oh, nee. Ah, jup. Vielleicht gleich verwenden. Oh, nee. Okay. Das kam unerwartet. Yes. Bye, motherfucker. Yes. Achtung, hinter uns können wir runterfallen, da sollten wir auch vorsichtig sein. Ja, fall du doch hier runter, wie wär's damit? Über zweieinhalbtausend Schaden, in den Arsch, was war das für einen Talisman, den wir vielleicht gar nicht so brauchen, oh ne, oh ne, was, wie ist das jetzt, Wahnsinn, wie wir es das nicht getroffen hat, ich weiß nicht, wieviel Feuer-Damage er gemacht hätte, aber hätte schon sein können, dass wir dann wieder erledigt werden. Er ist ja nicht einmal ein Boss. Okay, jetzt machen wir kein Feuer hinten nach, auch gut. Das war's. 3.000 Runen. Ah, Golem-Halipar, da haben wir auch gleich bekommen. Der respawnt auch nicht, also so ein Halbboss. Gesegneter Talisman, der regeneriert konstant unser Leben mit, ich glaub, zwei pro Sekunde oder sowas. Wahnsinnig wenig halt leider, bringt uns jetzt nicht viel. Ah, wir haben ihn. Ähm. Okay. Mal schauen, was wir eigentlich noch offen haben, aber die meisten Sachen sind dann in Leornia, soweit ich weiß. Tudu, wo haben wir so ein... Ah, Nightshard und Nightcommon, das muss ich jetzt endlich mal nachschauen, wo wir das herkriegen. Ähm. Ansonsten... Wie schaut's mit unseren Runen aus? Schlecht natürlich. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes? Etwas gibt's noch hier, hier ist noch eine Höhle, in die wir rein können. Ah, wir haben die Site of Grace hier vergessen. Dann schauen wir uns das mal an. Also eine Mine oder so müsste das, glaub ich, dort sein. So, ist auch die Frage, haben wir nicht vielleicht ein besseres Schwert, weil Geschicklichkeit, skillen wir halt nicht. Und damit ist halt auch die Frage, ob's da nicht was besseres gäbe, aber momentan scheinbar nicht. Okay. Hm. Ist natürlich schade, wenn das schon das Beste ist, was wir momentan haben. Wir haben auch überhaupt keine Ausrüstung, also... Kann... Oh doch, wir haben... Wir hätten Helme, sieh mal einen an. Aber wir sind nur... Oh, egal. Wir haben keine... Keine... Äh... Nicht genug Ausdauer dafür. Nicht genug Tragekapazität. So... Blumen durch, die uns nicht allzu sehr interessieren brauchen. Nein... Nein... So, da haben wir noch eine Höhle oder Minenschacht. Tunnel von Morn, keine Ahnung, was uns hier drinnen erwartet, sehr oft gibt es hier noch so gleich am Eingang ein Versteck, aber wir werden aber erstmal hier das Ding aktivieren, just to be safe. Und dann springen wir einfach da runter, so dass wir halt nicht drauf gehen im Idealfall. Hier ist eh nix, aber hier ist ein Smithing Stone und das haben wir schon verkackt, das ging ja schnell. Passiert mir auch nicht oft, aber kommt vor, da muss man halt echt aufpassen immer. So, da müssen wir den Hofzug wieder runterholen hier. Ähm, schade toll, der Timer läuft eh. Wir müssen dann zwei Runen wiederholen, also das ist immer blöd, dass man da so leicht drauf gehen kann. Da hinspringen, dahin, dann runter und nach Möglichkeit nicht in das Loch reinfallen, weil da ist auch endlos. So, ah ja, hier sind natürlich diese Penner. Die Minenschächte sind halt immer sehr gut, um Upgrade-Materialien zu sammeln. Wow, das ist auskalkt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Interessant, dass er das überlebt hat, aber so einen kritischen Treffer hält da nein aus. Hey Bro. Ja, da müssen wir anfällig auf stumpfe Waffen. Aufgepasst. Oh, mehr Erfahrung. Von beiden gleich. Beide Mal 5, nicht schlecht. 290 Runen. Das war ja gar nichts, Alter. Die bringen ja überhaupt nichts. 290. Und das war schon was besonderes, weil Mal 5. 5. Nope. Wow. Okay. So nicht, Junge, so nicht. Ups, wenn wir zufällig einen, naja, wir haben einen Hammer, den wir verwenden können. Da machen wir bei denen nämlich gleich mal DEUTLICH mehr Damage. Hä? Habe ich gerade gesagt, wir machen bei denen deutlich mehr Damage? Jo. Hä? Wir können den doch verwenden? Hä? Das checke ich jetzt gerade gar nicht. Oder haben wir so viel... Wir haben 4 Level weniger Stärke, aber es ist auch nicht die Welt. Und jetzt ist die Zeit. Ouuuch. dann ebenso, ne? Spitzhacke. Spitzhacke gut. Ne, der Stich. Dafür haben wir schon unser Schwert. Wo geht es jetzt weiter? Da ist noch das Smithingstone. Hier heißt es aufpassen, hier sind einige Gegner. Da ist eh nix. Auch hier ist niemand. Dunkelschmiedestern. Gut, also gegen die Clayman sollten wir eben Zauber einsetzen. Sind da deutlich effektiver. Hier ist mein One-Hit schon. Aber was für... Ah ja, genau. Das ist der Boss hier. Ist ja auch einfach ein schlechter Witz. Das ist auch einfach nur so ein Missbegarten. Das ist ja kein Boss. Das ist einfach nur der Frechheit. Dass die uns hier als Boss verkaufen wollen. Das ist einfach nur so einer hier. Zugegeben, es ist ein stärkerer. Es ist so einer wie in... wie wir den Castle Morn auch gesehen haben. Der mit der großen zweihändigen Axt. Von denen haben wir in Castle Morn zwei gekillt. Und hier, hier ist das der Boss. Das ist gut zugegeben, das ist noch vor Castle Morn theoretisch. Wenn man so will. Wenn man nicht gleich zur Burg rennt. So. Und da sind wir auch schon. Genau. Also der hat... der Boss hier ist ja einfach... Oh shit. Das war nicht notwendig. Ist ja einfach nur ein Witz. Na komm, rauf die Tür. Jetzt dachte ich schon, er hat noch nicht mal eine Boss-Helf-Bar. Er ist halt schnell. Das muss man ihm lassen. Aber... Und gerade wenn man noch einen niedrigen Level hat, ist er jetzt auch nicht unbedingt einfach. Aber einfach sind die in Castle Morn halt auch nicht. Und das einfach als Boss hier zu verkaufen ist ein bisschen... Und dann hätten sie sich was besseres einfallen lassen können. Gut, das heißt wir sind hier in dieser Gegend fertig. Da waren wir. Das haben wir erledigt. Die haben wir hier auch erledigt. Hier gibt es aber noch eine Höhle. Markieren wir sie einfach so. Das hier ungefähr. Den haben wir auch noch gar nicht erledigt. Aber gut, wir sind halt auch keine Nahkämpfer. Und da sollten wir aufpassen. Hier kann man glaube ich noch irgendwas holen. Bin mir jetzt nicht sicher. Da gibt es auf jeden Fall was zu holen. Haben wir Anastasia? Haben wir die jetzt erledigt oder nicht? Ich glaube schon, dass wir die erledigt haben, oder? Bin mir jetzt doch gerade gar nicht sicher. Ja. Wie er immer auf der falschen Seite rennt, Alter. Schön. Keine Lust mit dem rumzuspielen. Schön. Keine Lust mit dem rumzuspielen. Ne, Anastasia haben wir noch nicht gekillt. Okay, da sollten wir vorsichtig sein. Einen Treffen können wir sich leisten. Einen Treffen können wir sich leisten. Das war wohl nix. Heiliger Scorpion Talisman. Weil wer an diesem Punkt im Spiel ja unbedingt Heilig-Schaden braucht. Oder hat überhaupt. Okay, zwei Crafting-Bücher. Oh, sehen wir an. Wir haben genügend Runen. Ähm. Kondition. Damit wir mal was besseres tragen können. Oder das wird schon gehen. Oder das hier. Okay. Schön. Aber damit ist der Part auch wieder zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.